Liebe Angehörige der FAU, liebe Studierende, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die FAU hat den Gesundheitsknoten in Bayern bekommen im Kontext der Hightech-Agenda Bayern. Für uns spielt das Thema Künstliche Intelligenz im Anwendungsfeld Medizin eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und ich freue mich besonders, dass ich heute mit Professor Andreas Meyer, einen Experten im Bereich der Künstlichen Intelligenz bei mir habe, der zudem sich sehr stark auch auf medizinische Anwendungen fokussiert. Mit ihm werde ich mich über den Einfluss der Künstlichen Intelligenz in der Medizin unterhalten und vielleicht auch die eine oder andere Perspektive aufzeigen können. Andreas, ich grüße dich. Wie geht's dir denn? Ja, hallo Achim, vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, heute hier sein zu dürfen, oder zumindest virtuell hier sein zu dürfen. Super, dir geht's hoffentlich gut soweit? Soweit, alles wunderbar. Wir kommen ja in der Informatik mit dem ganzen Lockdown recht gut zurecht. Wir können die meisten Dinge sowieso digital tun, insofern. Super, das freut mich. Du hast ja von mir den Lehrstuhl für Mustererkennung übernommen und führst ihn seit über fünf Jahren sehr erfolgreich. Und am Lehrstuhl für Mustererkennung beschäftigen wir uns ja traditionell auch mit medizinischen Anwendungen der Künstlichen Intelligenz, so wie ich das einleitend auch gerade erwähnt habe. Kannst du kurz mal zusammenfassen, was so die Themenfelder sind, mit denen sich die Mustererkennung beschäftigt und inwieweit die Künstliche Intelligenz auch die Arbeit eines Arztes verändert hat in der Vergangenheit und in Zukunft auch wahrscheinlich noch verändern wird? Ja, das sind natürlich alles sehr spannende Fragestellungen, mit denen wir uns dort beschäftigen. Insbesondere die medizinischen Themen treiben uns sehr um und dort versuchen wir eben Ärzten zu helfen, quantitative Maßzahlen zu ermitteln. Also man kann sich das so ein bisschen vorstellen, dass man ja mit den neuen Sensorik sehr, sehr viel messen kann, aber eine Diagnose wird eben besser, wenn man quantifizieren kann, messbar machen kann. Ich nutze immer ganz gerne als Beispiel das Thermometer. Natürlich könnte ein Arzt auch eine Diagnose stellen, indem er seinen Patienten berührt, feststellt, er hat Fieber. Aber wenn er die Temperatur messen kann und weiß, wie stark das Fieber ist, kann er natürlich viel genauere Diagnostik stellen. Und insofern sind wir bei der Mustererkennung eben genau dabei, bei dieser Diagnostik zu helfen, zu unterstützen und bessere Diagnostik aus den Zensorendaten herauszuziehen. Kannst du ein etwas fortgeschrittenes Beispiel als das Fieber Messen noch nennen, wo die Mustererkennung wirklich einen Beitrag geleistet hat und wo sich auch die Abläufe in der Klinik oder im medizinischen Alltag dadurch verändert haben? Absolut, das war nur ein kleines Beispiel, um das zu motivieren. Heutzutage wird sehr viel Bildgebung eingesetzt. Zum Beispiel, wenn man einen Schlaganfall hat, wird als erstes ein CT-Scan des Kopfes vorgenommen und dort hilft die Mustererkennung dann automatisch zu quantifizieren. Zum Beispiel kann man mit Perfusionsbildgebung messen, wie stark die einzelnen Bereiche des Gehirns unterstützt werden oder noch durchblutet werden. Was heißt Perfusionsbildgebung? Den Fachbegriff kennen vielleicht einige nicht. Wir können mit 3D-Scans erfassen, wie viel Blut die einzelnen Areale des Gehirns erreichen und können damit zum Beispiel lokalisieren, wo eine Unterversorgung im Gehirn stattfindet. Dieses wird beim Schlaganfall sehr häufig dadurch bedingt, dass zum Beispiel eine Ader geplatzt ist oder eine Ader blockiert. Und mit Methoden der Mustererkennung können wir helfen, die Verstopfung zu lokalisieren, diese dann hervorzuheben, sodass wir eben eine Interventionsplanung machen können und dann im minimalinvasiven Eingriff mit einem kleinen Katheter, mit einem kleinen Stück Draht bis hin zu der Verstopfung im Gefäßsystem gehen können, um dort die Verstopfung zu entfernen und eine Repertusion zu ermöglichen. Und man kann sich ja schon vorstellen, dass wenn man durch das ganze Gefäßsystem hindurch navigieren muss, um zu dieser Verstopfung zu kommen, man sehr stark auf Bildgebung natürlich angewiesen ist. Dort wird mit Kontrastmitteln gearbeitet, aber eben auch auf computerunterstützte Methoden. Und hier gibt es verschiedenste Anwendungsgebiete, wie zum Beispiel die Lokalisation des Verstopfungsgebiet, aber wir können auch in vielen anderen Interventionen dann Unterstützung der Operationen liefern. In der ganzen Diskussion Künstliche Intelligenz in der Medizin taucht ja immer wieder die Frage auf, löst der Computer den Mediziner ab, beziehungsweise müssen zukünftige Ärzte ein Informatikstudium absolvieren. Wie stehst du denn zu diesen Thesen, die hier an vielen Stellen diskutiert werden? Ja, ich finde das natürlich interessant und kann das auch nachvollziehen, dass es da gewisse Befürchtungen auch gibt, wenn so viele Dinge dann plötzlich automatisiert laufen sollen. Allerdings sehen wir auch in vielen anderen Berufen, dass man heutzutage nicht einen Beruf lernt und den dann bis zum Ende seines Lebens ausführt, sondern wir alle müssen lebenslang lernen. Und das ist natürlich in der Medizin auch so. Ich kann mir schon vorstellen, dass sich die Berufsbilder verändern werden, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Diagnostik völlig unabhängig von einem Arzt funktionieren soll. Was wir allerdings tun können, ist die Entscheidung evidenzbasiert mit Maßzahlen unterstützen. Wenn wir heute einen Ganzkörper-CT-Scan machen, dann sind wir eben nicht nur in der Lage, den Menschen schichtweise zu erfassen, Millimeter für Millimeter und in 3D darzustellen. Gleichzeitig können wir auch Landmarken im Körper detektieren, Organe vermessen, die Größe, Volumen bestimmen und es geht so weit, dass wir mit Methoden der künstlichen Intelligenz bis zu 200 anatomische Plätze, Landmarken innerhalb von zwei Sekunden detektieren können und diese überblenden. Und das hilft natürlich, die Diagnostik massiv zu beschleunigen, um dem Patienten schneller eine geeignete Behandlung zukommen zu lassen. Traditionell wurde ja am Lehrstuhl für Mustererkennung, Bildverarbeitung, aber auch Sprachverarbeitung gemacht. Gibt es auch Beispiele, wo die Spracherkennung, Sprachverarbeitung, so wie wir sie heute im Alltag ja auch einsetzen, schon genutzt wird, um in der Medizin die Therapie beispielsweise zu unterstützen oder die Diagnostik? Habt ihr da in der Hinsicht auch Arbeiten am Lehrstuhl? Absolut, das sind natürlich spannende Gebiete und insbesondere nicht nur in der Bildverarbeitung hat sich in den letzten Jahren viel getan, auch die Sprachverarbeitung hat deutliche Fortschritte gemacht. Ich meine, wenn du in deinem Mobiltelefon sprichst, sind ja dort Spracherkenner im Einsatz, die mit sehr, sehr hohen Erkennungsraten arbeiten können. Dort werden ja bis zu 99,7 Prozent der Wörter richtig erkannt und aufgeschrieben. Und solche Techniken kann man natürlich auch für die Diagnostik einsetzen. Wir haben jetzt seit 2005 damit angefangen, pathologische Sprachverarbeitung durchzuführen und Diagnostik zu unterstützen. Und das ist insbesondere nützlich, wenn man verschiedene Therapien, verschiedene Operationen hat, die zum Beispiel im Sprachtrakt irgendwo eingreifen. Und zum Beispiel bei Tumoren, die entfernt werden müssen, gibt es verschiedene Wege, diese zu entfernen. Und da ist es dann interessant zu wissen, wie wirkt sich das auf das Sprechen des Patienten aus. Also wenn ich zwei unterschiedliche Schnitte durchführen kann, dann ist natürlich die Frage, na klar, wird der Tumor entfernt? Das wird ja bei beiden. Aber welcher von beiden ist von der Operation her besser für das Sprechen des Patienten? Und das kann man mit solchen automatischen Methoden auch durchführen. Das heißt, ihr nutzt die Erkennungsrate von den Sprachverarbeitungssystemen, um die Sprachqualität zu bewerten? Oder wie darf ich das verstehen? Das Spannende ist ja, dass wir sonst möglichst gut die Sprache erkennen wollen und natürlich alles genau aufschreiben wollen. Aber in diesem Fall ist es genau andersrum, weil das Einbrechen der Erkennungsrate dann quasi einen Hinweis darauf liefert, dass eventuell die Sprache ja nicht so klar artikuliert werden konnte, wie eben, wenn keine Operation durchgeführt wurde. Und anhand dessen kann ich auch wieder quantifizieren, wie stark die Einschränkung beim Sprechen ist, um quasi beurteilen zu können, welche Operationsmethode für Patienten besser ist. Das klingt hochspannend. Du hast erwähnt, dass die heutigen Spracherkenner in Erkennungsraten von 99,7 Prozent vordringen. Und was ist denn der Grund dafür, dass man in den letzten acht, neun Jahren im Bereich der Mustererkennung die Erkennungsraten auf dieses hohe Niveau bringen konnte? Es haben sich einige Dinge getan. Zum einen haben natürlich die Computer in ihre Rechenleistung drastisch zugenommen. Wir folgen immer noch Moors Gesetz, dass sich innerhalb von zwei Jahren die Rechenkapazitäten verdoppeln. Bei den Grafikkarten ist es sogar noch schneller. Dort ist es innerhalb von 1,4 Jahren verdoppeln sich die Rechenkapazitäten. Und damit sind wir in der Lage, Algorithmen zu trainieren, die viel mehr Parameter haben als die, die wir noch vor wenigen Jahren genutzt haben. Zum anderen haben wir über das Internet große Datenquellen zur Verfügung. Man kann heute von Plattformen frei Bilder herunterladen mit entsprechenden Positionsmarkern. Man kann im großen Stil Daten sammeln. Und das hat dazu geführt, dass wir heute mit ganz anderen Datenmengen Systeme trainieren können, als wir es noch vor wenigen Jahren konnten. Und das führt insgesamt zu einer Verbesserung der Systeme. Aber das ist ein ganz interessanter Aspekt. Der Erfolg der künstlichen Intelligenz, so wie wir ihn seit 2011, 2012 beobachten, ist wesentlich darauf basiert, dass wir viele, viele Trainingsdaten zur Verfügung haben. Also man liest ja auch immer den Fachbegriff Big Data ist der Schlüssel, um die KI zum Fliegen zu bringen. Wenn man sich jetzt das medizinische Umfeld anschaut, stellt man aber fest, dass hier nicht so viele Daten zur Verfügung stehen. Gerade weil hier der Datenschutz natürlich eine ganz besondere Rolle spielt. Man möchte nicht, dass seine eigenen medizinischen Daten in solche Datenbanken wandern und dann weltweit eingesetzt werden, um KI-Systeme zu trainieren. Ich weiß in Erlangen hier gemeinsam mit unserem Klinikum, verfolgt man spezielle Wege. Was macht ihr denn konkret am Lehrstuhl für Mustererkennung, um an die Datenmengen heranzukommen, die man eigentlich braucht, um hochmoderne KI-Algorithmen für die medizinische Bildanalyse einsetzen zu können? Auch ein sehr spannendes Thema, auf das du hier eingehst. Zum einen ist natürlich das Lernen der Maschinen heute immer noch völlig anders als das Lernen bei Menschen. Menschen können ja aus wenigen Beispielen schon Schlüsse ziehen und daraus entsprechende Kausalketten aufbauen. Da sind wir bei den Maschinen bei weit nicht so weit. Wir brauchen wirklich diese teilweise Millionen an Trainingsbeobachtungen und das ist natürlich bei medizinischen Beispielen viel, viel schwieriger. Wir haben natürlich hier ein hervorragendes Klinikum, das sehr große Datenmengen besitzt, aber wenn wir jetzt auf diese Big-Data-Technologien umsteigen wollen, dann stellen wir auch fest, dass die Daten von einem oder zwei Kliniken tatsächlich immer noch nicht in dem Umfang vorhanden sind, wie eben bei den großen Spracherkennungssystemen oder den großen Bilderkennungssystemen eingesetzt werden. Insofern können wir natürlich Prototypen bauen, die schon sehr gute Ergebnisse liefern, aber wenn wir wirklich an diese 99,7 Prozent, diese sehr, sehr hohen Erkennungsraten kommen wollen, brauchen wir mehr Daten. Und dort haben wir erst vor Kurzem eine Initiative ins Leben gerufen, die sich Medical Data Donors, also medizinische Datenspende, nennt. Und hier haben wir einen gemeinnützigen Verein gegründet, der sich genau diesem Thema widmet. Dabei können Patienten nach der Untersuchung, also wenn klar ist, welches Krankheitsbild vorliegt, ihre Daten spenden. Wir nutzen also nach, aber nur mit Einverständnis des Patienten und dieses Einverständnis kann auch jederzeit widerrufen werden. Ganz besonders ist bei dieser Datenspendeaktion, dass wir nicht nur die wissenschaftliche Nutzung mit anfragen, sondern unsere Daten brauchen ja auch entsprechende Annotationen. Und dazu fragen wir unsere Spender, ob wir diese Daten potenziell dritten übers Internet zeigen dürfen, um Annotationen vorzunehmen. Und da geht es zum Beispiel um die Fragestellung, wo ist die Leber? Und die Leber auf einem Bild einzuzeichnen und das möglichst genau. Und durch die Datenspende sind wir eben in der Lage, unsere Spender aufzuklären, dass wir das potenziell mit den Daten machen. Um dann entsprechend viele Annotationen zu bekommen, folgen wir der Strategie der sogenannten Gamification. Also wir bauen diese aufwändigen, zeitintensiven Prozesse der Annotation in Spiele ein, um diese eben interessanter zu machen und auch medizinische Themen Laien etwas näher zu bringen. Und haben dort inzwischen ja schon zwei Seminare durchgeführt, in denen erste Prototypen entstanden sind. Also insgesamt gibt es jetzt auf unserer Webseite schon sechs Spielprototypen zum Download, mit denen man sich visualisieren kann, ansehen kann, wie solche Daten beispielsweise annotiert werden könnten. Einen besonders spannenden Ansatz hierbei fand ich, dass man ja das Einzeichnen einer Kontur auch als eine Art Rennen entlang einer Kante darstellen kann und dort ein Autorennspiel realisiert wurde, mit dem man eben möglichst exakt auf der Kontur eines Organs fahren muss, um dort entsprechend die Grenzen der Leber oder die Abmessung der Leber zu vermessen. Also unsere Studierenden sind hier ganz toll und bringen tolle Ideen ein. Und natürlich sind nicht nur Studierende, sondern wenn man diesen Verein unterstützen möchte, kann man auch Mitglied werden. Wir erheben auch keine Mitgliedsbeiträge und würden uns natürlich auch sehr freuen, wenn wir weitere persönliche Mitglieder hergebinden könnten. Das ist eine großartige Idee und wir werden den Link auch hier zu dem Video mit angeben, wenn wir das Video publizieren. Ich hoffe, dass das auch sehr gut angenommen wird. Und dieses Konzept und auch viele, viele Patientinnen und Patienten ihre Daten zur Verfügung stellen. Wenn man diese Datenmengen dann zur Nutzung, zur Analyse heranzieht, dann kann man ja mit Hilfe von KI-Algorithmen auch Zusammenhänge erkennen und erschließen, die man so vielleicht nicht aus den Daten als Mensch rausholen würde. Haben wir auch Beispiele, Andreas, wo wir medizinisches Wissen aus den verfügbaren Daten generiert haben, das in dieser Form uns gar noch nicht so bekannt war oder bewusst war? Hast du da Beispiele? Wir haben teilweise Beispiele aus Versorgungsdaten. Um solche Erkenntnisse zu gewinnen, braucht man sehr, sehr große Datenmengen. Und teilweise kann man dann Erkenntnisse darüber finden, welche medizinischen Verläufe zum Beispiel beachtet werden müssen. Aber um solche Erkenntnisse zu generieren, braucht man sehr große Datenmengen. Man sucht ein bisschen die Nadel im Heuhaufen. Und dabei ist natürlich das große Problem, dass man keine Scheinkorrelationen herauszieht. Was heißt das, Scheinkorrelationen? Hast du ein Beispiel? Man kennt das bekannte Beispiel mit den Geburten und den Störchen, dass wenn die Störche quasi in großer Zahl vorhanden sind, dass es dann in diesen Regionen auch mehr Geburten gibt. Und man misst die Korrelation, aber man kann keinen kausalen Zusammenhang dazwischen herstellen. Und oder zum Beispiel auch zwischen Schuhgröße und Einkommen findet man eine Korrelation. Bei der Schuhgröße und Einkommen kann man vielleicht noch sagen, dass Menschen, die erwachsen sind, eben Geld verdienen und Kinder nicht so viel Geld verdienen, dass das vielleicht dadurch bedingt ist. Aber man braucht eben den versteckten Faktor, der quasi den Zusammenhang dann erklären kann. Wenn der in den Daten erfasst ist, dann können wir ihn mit solchen Methoden finden. Ist der Faktor nicht erfasst, dann tut man sich schwer, die Nadel zu finden, wenn sie gar nicht im Heuhaufen ist. Spannend, spannende Themen, mit denen ihr euch auseinandersetzt. Lieber Andreas, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch und hoffe sehr, dass unsere Zuseher auch unseren Dialog verstanden haben. War ja jetzt nicht gerade eine einfache Situation, wenn zwei Experten allgemein verständlich über ihr Forschungsthema sich unterhalten. Hat Spaß gemacht. Ich wünsche dir weiterhin viel, viel Erfolg. Bring das Thema Mustererkennung voran. Bring das Thema Mustererkennung im Kontext der Medizin voran. Wir haben den Gesundheitsknoten und wir müssen auch hier ganz, ganz vorne mitspielen können. Ich danke dir. Tschüss. Vielen Dank für die Einladung.